Als engagierte leidenschaftliche Bibliothekarin weiß Hanna, moderne Bibliotheken haben längst nicht nur mit Bücherregalen zu tun. Sie sind lebendige Kulturräume, kreative Orte des Wissens, des Lernens und der Begegnung. Hanna schaut gern über den Tellerrand. Wie arbeiten die Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern? Welche neuen Ansätze und richtungsweisenden Bibliothekskonzepte gibt es? Ein internationales Netzwerk fördert und unterstützt den Erfahrungsaustausch. Doch virtuelle Kontakte, so wertvoll sie sind, ersetzen nicht die persönliche Begegnung. Diese ermöglicht das Förder- oder Stipendienprogramm von BI International. Ob ein Praktikum in einer fremden Bibliothek, die Teilnahme an einer Fachkonferenz oder eine Gruppenreise. Ein Auslandsaufenthalt weitet den Horizont, bringt neue Ideen und steigert die Motivation. Und er fördert den Wissenstransfer. In beide Richtungen. Ganz kostenlos ist der Auslandsaufenthalt allerdings nicht. BI International übernimmt auf Antrag einen Teil der Kosten. Doch muss Hanna oder ihre Organisation auch eigenes Geld in die Hand nehmen. Hanna hat die Reise persönlich und beruflich weitergebracht. Dies kommt auch der Bibliothek, in der sie arbeitet, zugute. Nicht zuletzt hat sie ihr internationales Netzwerk erweitert und interessante Menschen kennengelernt. Bewerben Sie sich noch heute. Es lohnt sich. Rose 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 Untertitelung des ZDF, 2020